so wer hat es gedacht da sind wir wieder ich habe mir eine akade gekauft 2000 kostet du hast los ist ungeheuer das bitte wohl ich bin gerührt meine geliebte schwester noch tasche ist tot und wegen dir konnte ich mich nicht einmal von dir verabschieden warum hast du mich nicht durch gelassen bedeutet menschliches leid nicht für dich doch aber voll mein leid du wirst noch dafür bezahlen ja das ist gut dass ja ich muss eh bezahlen für alles schmuggler drei kaputt reifen jahre so sehen schmuggler aus hallo was haben wir denn noch sonst sonst noch sonst wo ich schwarz du hast kaputt das reifen nix da steck aus und bleib weg habe ich noch was zu verkaufen zwei schnapps sehr gut wirst du tauschen nein du bist nicht ja kann ich dass sie kaputt machen irgendwie nur viel ach da brauche ich ein messer für da brauche ich ein messer für die sechs dann holen wir jetzt mal die missgabe raus hier ist schon was kaputt mutter aber ich bin mir sicher dass hier etwas ist ich brauche was schlagendes 1234 hätte sein können dann machen wir das hier noch platz ja zwei reifen die sind schon platz kofferraum auf und c und da zwei wo sie auch noch eine ganze menge zu hier hinten drin 1 2 3 4 4 ja 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 hast dich mit dem falschen angelegt als dollar vista was mein messer kaputt gemacht 2 2 es ist mir eine freude sie kennen zu haben ja das geht auch noch was schlagendes wieder ich habe hier erstmal nicht schlagen ist dabei habe ich mir was im ich kann ja heute nacht war ich mal mein zeug abgeben glaube ich 123 polizei und so weiter und so fort was das denn wer fährt man so viel seife durch die das ja ja nicht schon ex sondern hier und du freundchen wird gleich verhaftet aber ich stimmt ich muss ja bei der type auch noch gucken so papier so läuft das aber nicht doch y nr obwohl ich nicht muss denn doch gar nicht wenn ich den verhafte dann muss ich das fahrzeug glaube ich kann nicht mehr überprüfen oder wie war das oder da ich muss die karte nur weg schaffen lassen oder ja genau linke seite des rücksitzes motor motor junge junge da kommen ja immer mehr leute wie geht das denn wo willst du denn stopp stopp ski ist ja einer davon verschwunden ja hatte drei kaputte reifen gehabt ich glaube nicht oder gibt mich mal dokumenti ja natürlich die polze ja ich komme gleich ich komme gleich genosse ich gucke nur hier xs 07 47 xp 07 47 xp er soko sokolow er sokolow er sokolow nein also 72 ein 170 passt nun mal mal my juli turist mit kartoffelsack februar aha er sokolow sokolow da scheint ja einer von den impfwilligen zu sein von den ja 1 2 3 4 ja das sieht gut aus bei dir also ich will ja nicht meckern das wahrscheinlich der erste sein die ich heute durch lasse damit ja das ist sehr gut was auch immer ja das stimmt glaube ich die kartoffelsack und halber ist ja das ist ja vorbildlich das ist das mag ich nicht vorbildliche menschen sind ich denke so weit ich wieg dich noch mal junge sein gewicht stimmt nicht beim nächsten mal eine kuh weniger transportieren schön dach noch ja jetzt bin ich mal gespannt jetzt hat er ja nur das gewicht denke ich mal falsch gehabt aber kommt denn da für eine meldung was kommt da für eine meldung sehr gut wie sieht die karte ich wollte ja mit der typik kommt steig aus steig aus freundchen ich habe ja noch nichts aber du siehst aus wie ein fischer na was bist du von beruf du fischer du bist du tanze okay du bist kein fischer du bist egal das wäre so einfach dass ihr so einfach kennt solche kennt solche und nicht dann aber bei dir war ich ja gar nicht drin stimmt bei dir war ich noch gar nicht drin hier sehe ich nix also cdc auf die 85 2 also vv steht für v max 2008 90 kilo spiegel okay zwei scheinwerfer kaputt eine fehlende stoßstange ich sagte eine fehlende stoßstange reifen sind so weit okay dann guck mal hier mal durch was wir finden habe ich schlangen schlange 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 habe ich nicht aber kostet trotzdem nicht rein ich zähle nur war ja der hat forellen geladen sagte vor allem so so dreimal vor allem du kannst ja ja nichts mehr arbeiten also was haben wir denn zement 12 apfel was apfelkiste 3 salz sagt 4 fisch was ja du bist nicht verimpft ich guck noch nach dem gewicht gewischt 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 2009 20 was steht denn hier 2009 20 ok also gewischt stimmt auch nicht ich beglückwünsche ihnen zu einer erfolgreichen nur kreise doch so schluck trinken sehr 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 schön tschüssi kowski freundchen ich glaube ich habe noch scheiben nicht wirklich geschaut aber sieht gut aus kann aber abnächster aha freundchen steig aus dann könnte ich ja schon mal ein bisschen muss das echt sein müssen die sieben millionen sachen dabei haben und hühner und hoher jungen 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 So, einmal Dokumentee. Ja, ja. Wie siehst du denn aus? Ich habe keinen Bock hier. Impfung Februar 1981. Das ist gut. Ja, nee, das ist nicht gut. Kennzeichen prüfen. Und das ist ein Drasduk. Was ist ein Drasduk? Grasduk. Grasduk passt. Gewicht? Gewicht? Also ich habe der abgeladen. Gewicht ist scheiße. Gewicht guckt man gleich, ne? Weiß ja. Da, 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 da. Novit 79. Oder wie auch immer. Naja. Ja, aber so ähnlich ging es dem Grenzschutz und so weiter. Was macht das Vieh hier? Sollen wir das hier untersuchen? Hm. Hat ich das schon gezählt? Ja. Heubahn 13, Bananen Kissen 2, Hühner 2. Ja. Es stimmt ja soweit alles, aber nicht wirklich. Oh. Ja, ich kann das nicht mehr hören. Ich kann das nicht mehr hören. So, du Freund gehst. Ähm. Handel? 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 Nein. Gut. Äh. F. Gewicht. Gewicht. Hau den. Äh. Ja. Ja. Herr Halal. Äh. Hier ist nichts Halal. Tschüss. Ja, warum wohl? Wir haben Novit 78 Junge. Warum? Wir werden alle sterben. Und sagst du, dass der Gesundheitsminister laut dabei. Deswegen haben wir Novit 78 Schutzplan. Es ist auch so heiß. Ja, sehr gut. Äh. Du hast kaputte Reifen. Das ist ja schon klar, ne? Raus. 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 Ja, ist gut. Äh. Handel? Nein. Gut. Ja, natürlich ist das notwendig. Sonst würde ich es ja nicht machen, oder? Fahrrach. Guck. Mars. April. Ah, shit. Oktober. Januar. Jo, junge, 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 junge. Junge. Pass Nummer. Ufbc. Ufbv. Ucz. Neun. Ein Sager. Mit einem Komplett. Kaputten Reifen. Zack. Und hier ist sonst nix. Ah. Da muss ich alles rausholen. So, da ist noch ein kaputt. Schnellwerfer. Zack. Ah. Da holen wir das mal raus. Ich würde das jetzt nicht sagen. an deiner Stelle. So. Äh. Ein Reifen habe ich ja schon notiert. Ein Spiegel fehlt nicht. Dann gucken wir mal rein. Äh. Da ist nix. Sehr gut. Habe ich eigentlich hier schon komplett durchgesucht. 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 Ein Novid 78 Impfausweis. Das ist ja. Ja. Wenn deine Ladung noch stimmt, dann ist ja alles soweit in Ordnung. Zack. 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 Çok. Ich würde mal fast behaupten. Willkommen bei uns daheim. Ähe. Quatsch. Das zeug. Ist ja auch schon wieder. Ja. Mach es einfach. Ah. Also du warst nicht Mitarbeiter des Monats hast du ja schon mal klar. Du kannst rein. Das freundlich jetzt nicht ganz nett. ich sollte mich wirklich mal ausholen so freunde wir sehen uns in der nächsten folge wieder bis wir sehen uns im nächsten video